So, wir sehen uns noch mal. Wir hatten das zwar schon mal vorgestellt. Aber sie gefällt mir so gut, dass ich es gerne noch mal wieder aus einem anderen Sichtwinkel festhalte. Ich will hoffen, dass es den Leuten passt. Aber es kam keine Zwischenrufe. Die Zwischenrufe. Die Zwischenrufe. Die Zwischenrufe. Die Zwischenrufe. Super lecker. Ja nun komm. Nein nicht, ja. Komm Jo, wir gehen hier. Er hat so immer seine eigenen Vorstellungen, wo es lang gehen soll. Ja, den Fischteich mit Bötchen muss ich euch eigentlich nur kurz zeigen, weil da alles passt. Das Wetter, das Wasser, einfach nur herrlich. Und tschüss zusammen.